den buggy mit dem man darts verschießen kann habe ich euch schon gezeigt demnächst kommt noch der ganz neue star wars a t a c t mit dem könnt ihr auch das verballern guten tag und es gibt natürlich noch das insect was auch darts verschießen kann das wollte ich mal ganz kurz zeigen bevor ich das video mache das ist zu geil das teil und es ist so laut und jetzt hat er ja hier so eine trommel drin mit darts die darts ich habe nur vier originale da muss man gucken die nur schießen nicht so weit drückt er hier drauf dann geht das teil daraus und dann könnte das hier verballern geil oder die taste ist dann für den greifer vorne also ich finde das ding voll fett so Untertitelung des ZDF für funk, 2017